Stellen Sie sich ein neues Zeichen vor, das überraschend in Israel auftaucht und uns zum Nachdenken über die bevorstehenden Endzeiten anregt. Dieses Ereignis, das sich gerade entfaltet, ist ein wichtiger Bestandteil einer Transformation, die nicht übersehen werden kann. Lassen Sie uns also in diesem Ereignis eintauchen, unser Wissen erweitern und unser Verständnis darüber vertiefen, was es für die Zukunft der Menschheit bedeuten könnte. Das neue Zeichen der Endzeiten wird trotz seiner Bedeutung leider oft von den meisten Menschen übersehen. Obwohl uns verschiedene Prophezeiungen über die Endzeiten umgeben, scheint es, dass viele Gesellschaften ihre Bedeutung bagatellisieren. Es lohnt sich jedoch, sich dieses konkreten Zeichens genauer anzusehen, das der Beschreibung der vier Reiter in der Offenbarung entspricht, besonders im sechsten Kapitel. Diese Figuren beginnen, ihre Präsenz zu offenbaren, und ihr Einfluss auf die Erde ist unausweichlich. Die Auswirkungen dieses Phänomens scheinen soziale und politische Strukturen zu durchdringen und einen dauerhaften Abdruck auf der Oberfläche des Globus zu hinterlassen. Man muss nicht weit in die Vergangenheit zurückblicken, sondern nur auf die Ereignisse der letzten fünf Jahre weltweit schauen. Um zu sehen, wie diese Figuren immer deutlicher werden. Die Analyse aktueller Ereignisse lässt ihre Übereinstimmung mit den Beschreibungen der vier Reiter erkennen. Ihre Manifestation wird immer offensichtlicher, und die Auswirkungen ihrer Anwesenheit scheinen sich auf verschiedene Bereiche menschlichen Lebens auszubreiten. Dieses Phänomen verdient Aufmerksamkeit, da es die Möglichkeit von bevorstehenden Veränderungen nahelegt, die den Verlauf der Geschichte verändern könnten. Bei der Betrachtung dieser Aspekte stehen wir vor der Notwendigkeit einer tieferen Reflexion über die Natur dieser Zeichen und ihren potenziellen Einfluss auf die Weltbühne. Die Zukunft, die das gegenwärtige Zeichen vorhersagt, birgt sowohl Gefahren als auch Hoffnungen. Es ist entscheidend, diese Zeichen zu verstehen, um sich auf kommende Veränderungen vorzubereiten. In der Offenbarung, besonders in ihrem sechsten Kapitel, entfaltet sich eine dynamische Erzählung über die vier Reiter, die Serien entscheidender Ereignisse symbolisieren, ausgelöst durch das Öffnen der sieben Siegel durch das majestätische Lamm. Der erste dieser außergewöhnlichen Reiter, oft als Verkörperung von Eroberung oder Betrug durch falsche Mittel interpretiert, reitet auf einem weißen Pferd und trägt einen Bogen und eine Krone in der Hand. Sein Kommen kündigt unaufhaltsame Unruhe an. Der nächste Reiter, der Krieg symbolisiert, erscheint auf einem roten Pferd und bringt Unruhe mit sich, entzieht der Welt den Frieden. Seine Anwesenheit ist wie ein Sturm, der die Landschaft in ein Meer des Chaos verwandelt. Jeder seiner Schritte ist wie der Klang einer Schlacht, der die Herzen der Menschen ergreift. Der dritte Reiter, der Unheil in Form von Hunger ankündigt, der das Blut in den Adern gefrieren lässt, reitet auf einem dunkelhaarigen Pferd. Seine Anwesenheit ist wie kalter Wind, der Elendschoppen bringt und die Erde aufhört, Überfluss zu gebären. Die Menschen, die mit Mangel kämpfen, suchen Hoffnung in leeren Blicken. Der letzte der vier Reiter, der den Tod verkörpert, reitet auf einem blassen Pferd und bringt Tod und Zerstörung mit sich. Seine Anwesenheit ist wie ein Schatten, der die Welt verschlingt und nur eine Spur der Zerstörung hinterlässt. Der Tod benutzt verschiedene Werkzeuge, um sein Ziel zu erreichen, und hinterlässt Blicke voller Entsetzen. In diesen prophetischen Visionen, in Worten niedergeschrieben, verbirgt sich nicht nur eine Beschreibung von Ereignissen auf der Erde, sondern auch eine Warnung vor Kräften, die die Macht haben, den Lauf der Geschichte zu verändern. In der Geschichte der Konflikte im Nahen Osten ist sicherlich eines der wichtigsten Ereignisse die Schlacht um Jerusalem, die einen integralen Bestandteil des breiteren Krieges in Israel darstellte. Die tiefen Wurzeln dieses Konflikts reichen bis in die Antike zurück und beziehen sich auf Schlüsselverse der Bibel, die denen, die die Bibel kennen, Einblick in die Komplexität und Bedeutung dieser Region geben. Ein Wendepunkt in dieser Geschichte war die Wiederherstellung des Staates Israel im Jahr 1948, was die Erfüllung biblischer Prophezeiungen darstellte. Der Prophet Ezechiel, der vor über 2500 Jahren schrieb, wies auf die zukünftige Wiederherstellung Israels hin und äußerte Worte, die heute wie erfüllte Prophezeiungen klingen, so spricht Gott der Herr, ich werde die Söhne Israels aus den Nationen nehmen, wohin sie auch gegangen sind, und sie von allen Seiten sammeln und sie in ihr Land bringen. Diese Prophezeiung erhielt eine neue Dimension im Kontext der Ereignisse von 1948, als das israelische Volk erneut auf seinem Land vereint wurde und Jerusalem zum zentralen Punkt dieser Nationalen wiedergebohrt wurde. Die Schlacht um Jerusalem, die in dieser Zeit stattfand, wird zu einem symbolischen Ereignis, das auf die uralten Prophezeiungen trifft und mit der Realität des zeitgenössischen Konflikts kollidiert. Die zeitgenössische politische und militärische Szene in Israel, geprägt von Spannungen und dynamischen Ereignissen, scheint ebenfalls in biblischen Visionen verburzelt zu sein. Die Wiederherstellung Israels und der Kampf um Jerusalem werden daher nicht nur zu historischen Ereignissen, sondern auch zu einem Element tiefgreifender kultureller und spiritueller Bedeutung, das das Schicksal des Volkes und der Region prägt. Während sich diese Nation den Herausforderungen der Gegenwart stellt, sind die biblischen Wurzeln ständig präsent und werfen ein Licht auf den Weg, den Israel gegangen ist und immer noch geht. Im Jahr 70 NCHR erlebte Israel eine dramatische Zerstreuung unter den Nationen, Diese lange Periode des Verlusts der Souveränität dauerte bis zum bahnbrechenden Jahr 1948, als an einem überraschenden Tag die Nation ihre Unabhängigkeit zurückerlangte und biblische Prophezeiungen erfüllte. Der Prophet Jesaja, über 2000 Jahre zuvor, notierte Worte, die prophetisch dieses einzigartige Ereignis ankündigten, Wer hat je davon gehört? Wer hat je so etwas gesehen? Kann ein Land an einem Tag geboren werden oder kann eine Nation auf einmal entstehen? Im Kontext dieser Prophezeiungen sagte Jesus in Lukas, Evangelium die grausamen Ereignisse voraus, die mit dem Volk Israel verbunden sind. Er warnte davor, dass dieses Volk durch die Schärfe des Schwertes fallen würde und Jerusalem zum Schauplatz der Heiden werden würde, die es zertreten, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Diese biblischen Visionen scheinen Realität zu werden, wenn wir den anhaltenden Konflikt zwischen Muslimen und Juden beobachten, besonders im Zusammenhang mit dem Kampf um Jerusalem. Das Buch Sacharja, vor tausenden von Jahren geschrieben, beschreibt prophetisch die gegenwärtige Situation und weist auf die Krise Jerusalems hin. An jenem Tag mache ich Jerusalem zu einem schweren Stein für alle Völker. Wer ihn hebt, wird sich schwer verletzen, und alle Nationen der Erde werden sich gegen ihn versammeln. Die prophetischen Worte sagen voraus, dass Jerusalem zu einem schweren Stein für alle Völker wird und diejenigen, die sich dagegen stellen, besiegt werden. In Matthäus' Evangelium prophezeite auch Jesus unruhige Zeiten als Zeichen des Endes, indem er von Kriegen und Konflikten zwischen den Nationen sprach. Seine Worte wiesen darauf hin, dass Nationen sich gegeneinander erheben würden, was im langjährigen Konflikt zwischen Muslimen und Juden im Nahen Osten zu erkennen ist. Gemäß den biblischen Prophezeiungen neigt alles dazu, sich in der Schlacht von Armageddon zu kulminieren, wie es in der Offenbarung beschrieben wird. Diese ultimative, katastrophale Schlacht wird Zeuge der Versammlung der Nationen an einem Ort namens Armageddon sein. Jesus sagte in seinen Lehren voraus, dass wenn diese Ereignisse beginnen, man den Kopf erheben sollte, denn die Erlösung ist nahe. All diese biblischen Visionen und Prophezeiungen über Zerstreuung, Wiedererstehung, Konflikte und endgültige Versöhnung werfen Licht auf die zeitgenössischen Ereignisse im Nahen Osten. Wenn man diese Ereignisse durch das Prisma dieser alten Texte liest, erhalten sie eine tiefere Bedeutung und zeigen das komplexe Geflecht von Geschichte, Kultur und Glauben, das weiterhin das Schicksal von Nationen und der Region formt. Welche Schritte sollten wir also angesichts dieser Herausforderungen unternehmen? Vor allem sollten wir uns von der Rechtmäßigkeit unserer Handlungen vor dem göttlichen Gericht überzeugen und uns dem Glauben hingeben sowie dem Erlöservertrauen. Dieses Vertrauen ist der Grundstein, der unsere Einstellungen und Handlungen formt und uns zur Rechtschaffenheit und Übereinstimmung mit Gottes Lehren führt. Zweitens sollten wir uns im Gebet um Frieden für Jerusalem engagieren. Dieses Gebet drückt nicht nur unsere Besorgnis über die Situation an diesem historischen Ort aus, sondern wirkt auch auf unsere eigene spirituelle Veränderung ein. Indem wir unsere Absichten auf den Frieden lenken, werden wir zu Instrumenten von Gottes Gnade, die wir für diese symbolische Stadt und die ganze Welt wünschen. Gleichzeitig dürfen wir unsere Pflicht, das Evangelium unter denen zu verbreiten, die das Heil noch nicht erfahren haben, nicht vergessen. Diese Aufgabe bringt nicht nur das göttliche Licht in die Herzen derer, die noch nicht erleuchtet sind, sondern ist auch unsere Antwort auf den evangelischen Aufruf. Die gute Nachricht von Erlösung und göttlicher Liebe zu verbreiten, wird zu unserer Priorität, denn dazu sind wir berufen, Zeugnis von der Erlösung abzulegen und Hoffnung dorthin zu bringen, wo noch Dunkelheit herrscht.